Liebe Freundinnen und Freunde der Atempause, auf diesem Weg grüße ich euch ganz herzlich und muss euch mitteilen, dass meine Schwester mit 56 Jahren an Krebs verstorben ist in der vergangenen Woche und deswegen ist mein normaler Rhythmus des Lebens und dessen, was ich in meiner Freizeit machen kann, ganz anders jetzt belegt. Sie hat in der Nähe von Frankfurt gelebt und hatte keine Kinder, sodass ich hauptsächlich damit beschäftigt bin, diesen Haushalt aufzulösen und wir sind dabei, die Trauerfeier vorzubereiten und die Beisetzung und alles, was sein wird. Das ist ein riesen Berg von Arbeit, sodass ich alle meine Freizeit zurzeit darauf verwenden muss. Ganz nebenbei, in Anführungsstrichen, trauere ich auch sehr um meine Schwester, die im Glauben an Jesus Christus heimgegangen ist, Gott sei Dank, und im Frieden und ohne große Schmerzen, aber es ist doch ein sehr, sehr großer Verlust, mitten im Leben die eigene Schwester zu Grabe tragen zu müssen. Von daher bitte ich um Verständnis, dass ich noch bis zum 20. November die Atempausen nicht veröffentlichen und produzieren kann. Ich plane, dass ich am 20. November, Montag, den 20. November wieder online bin. Ich hoffe, mir gelingt das. Wir starten dann durch mit dem ökumenischen Bibelleseplan. An dem Tag beginnt der erste Thessalonicher Brief in der fortlaufenden Bibellese und ich hoffe sehr, dass ich noch in diesen Tagen vorher die Zeit finde, einige der Atempausen zu produzieren, sodass ich am 20. November hoffentlich wieder online bin. Ich bedanke mich herzlich für alle Nachfragen, auch alle Beileidsbezeugungen und alle mutmachenden Worte, die mich erreicht haben. Herzlichen Dank dafür und ich bitte sehr um Verständnis, dass ich diese Zwangspause von 14 Tagen bei den Atempausen machen musste. Die letzte war bisher am 5. November, glaube ich. Und ich habe dann sozusagen insgesamt zwei Wochen Trauerfallpause gemacht und dann geht es hoffentlich weiter am 20. Ganz herzlichen Dank für alles Verständnis. Ich freue mich, wenn wir uns dann am 20. wiedersehen. Wer das kann und möchte, ist herzlich eingeladen, einfach mal bei den Bibelgesellschaften, bei der deutschen Bibelgesellschaft oder der österreichischen Bibelgesellschaft oder der Schweizer Bibelgesellschaft zu googeln nach dem ökumenischen Bibelleseplan. Und dort findet man die Texte angegeben und sogar online kann man auch die Texte finden und dann lesen, die für jeden Tag zugeordnet sind nach dem ökumenischen Bibelleseplan. Vielleicht ist es auch mal eine ganz gute Übung, die Andacht nicht zu hören oder zu sehen, sondern zu lesen. Jedenfalls findet man dort die jeweils angegebenen Bibeltexte für jeden Tag, wie auch zum Beispiel im Losungsbuch, das ja auch viele, viele Christen benutzen. Dort steht auch immer unter der Tageslosung unten rechts angegeben, welches Kapitel heute dran ist. So, so weit, so gut. Wir sehen uns hoffentlich am 20. November wieder. Bis dahin, alles Gute, Gott segne und behüte dich, bis wir uns wiedersehen.